Hey Leute, wir sind Luci und Pia von der DFJ und wir leiten dieses Jahr das Summer Camp 2020 in Tauberbischofsheim. Dafür suchen wir noch Verstärkung. Also wenn du Bock hast, zwischen 18 und 28 Jahre alt bist und vom 24.7. bis zum 3.8. noch nichts vorhast, dann bewirb dich jetzt bei der Vechta-Jugend. Bis dann! Ciao! ARD Text im Auftrag von Funk